Hey, in diesem Tutorial erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du eine alte Minecraft Version bekommen kannst. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn du einen Mod installieren willst, der noch auf der alten Version ist, oder auch auf einen Server gehen willst, der auf einer alten Version ist. Und ich erkläre das Ganze für Mac und Windows, denn das ist beides mal genau gleich. Du öffnest nämlich einfach nur dein Minecraft, ganz normal, dann startet sich das, wie du das kennst. Und dann geht es darum, hier unten bei den Profiles ein neues Profil anzulegen. Das heißt, ich klicke jetzt hier nur Profile und dann kannst du dem Namen geben, ich nenne das jetzt mal einfach Alt oder wie auch immer, wie du es eben nennen willst. Und dann ist wichtig, dass du hier runtergehst bei dem Version Selection. Da spielt es jetzt alles ab. Hier dieses Snapshot ist ja nur für neuere Versionen. Was du willst, sind jetzt die alten Versionen, das heißt auch die Beta und die Alpha. Du könntest jetzt hier schon einfach draufklicken, dann hast du hier diese normalen Versionen bis runter zur 1.0. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die 1.5.2 wollte, geht das hier mit auch. Und wie gesagt, das ist auf allen Versionen gleich. Das heißt auch, wenn jetzt 1.8 raus ist, kannst du dir hier mit 1.7 holen. Wenn du aber noch ältere Versionen haben willst, dann kannst du hier das auch noch enablen, das heißt anstellen. Hier gibt es nochmal eine Warnung, dass es halt die alten Versionen sind, dass du am besten damit nicht in eine neue Welt gehst. Das könnte ja nicht zu Problemen gehen, also eine Welt, die du halt sonst noch hast, also die du mittlerweile nutzt. Und jetzt habe ich hier Beta und Alpha mal aktiviert und wenn ich das jetzt hier aufmache nochmal, dann kann ich jetzt noch hier viel weiter runter scrollen. Dann gibt es hier die Beta-Version bis zur 1.8.1 und noch weiter runter gibt es hier die alten Alpha-Versionen bis hier unten zur ersten richtigen Minecraft-Version sozusagen zu öffentlichen. Dann kann ich mal gucken hier, ah hier habe ich glaube ich irgendwo angefangen, irgendwo hier zwischen, das ist auch wieder zweieinhalb Jahre. Ja, damals gab es, kannst du ja auch mal ausprobieren, in der alten Version, da gab es noch keinen Regen, da gab es noch keinen Server-Browser, da gab es noch keine Achievements, keinen Kreativ-Modus und ja, also Sachen. Kann man eigentlich mal ausprobieren, oder? Ruhig mal die 1.2 aus der Beta und sage hier Save Profile. Das solltest du dann auch machen, damit die Änderung übernommen wird und dann kannst du hier noch dein Profil auswählen, nämlich hier Alt oder wie du es eben genannt hast. So, dann kannst du auf Play klicken, dann sollte sich das Ganze starten und jetzt muss ich das Ganze natürlich erstmal herunterladen, das heißt diese Version. Sehen wir hier schon, der alte Screen von Minecraft und hier im Multiplayer müssen wir das Ganze jetzt so manuell eingeben. Im Singleplayer können wir einen neuen Weltslot auswählen, dann generiert sich schon die ganze Welt. Und ja, wenn wir das jetzt gemacht haben, dann kann ich in der Zeit ja vielleicht noch sagen, auf meinem Kanal gibt es noch tausend weitere Minecraft-Videos, wie du auch irgendwelche Mods installierst, auch auf neueren Versionen als auf der Beta 1.2. Ja, hier sind wir jetzt, gut, kreative Modos sind wir nicht, das heißt wir können jetzt hier nicht irgendwie rumfliegen. Es gibt ja auch keine Cheats oder sowas und ja, können wir jetzt hier rumspielen. Gut, also ich hoffe dir hilft jetzt dieses Tutorial und wie gesagt, du kannst damit auch einfach nur ältere Versionen darauf gehen, damit du auf alte Server kommst, die noch nicht auf der neuen Version sind oder das wie gesagt für Mods nutzen. Ja, viel Spaß mit den alten Versionen, bis zum nächsten Mal und ciao! Ja, ciao! Ja, ciao! Ja, ciao! Ja, ciao! Ja, ciao! Ja, ciao!